Wenn du verstoppen willst, machst du Stopp oder hier Pause. Aber jetzt filmt es gerade. Jetzt filmt es? Also du hast, nehme auf, auf Stopp oder, wie sagt man denn? Ja, das filmt jetzt. Ganz sicher? Also gut, was hast du jetzt zum Sagen? Also, ich möchte hier meine Mittelalterkleidung präsentieren, mein Umhang, der ist dunkelblau, meine Kettenhaube, die ist silbern, dann hier habe ich mein Schwert und da ist noch das Kölzenkreuz und das ist meine schwarze Langarmtonica und ja, Räderhose und Stiefel. So, das ist jetzt soweit mit der Kleidung. Ich kann auch folgendes machen, ich kann auch sagen, ich nehme die Kettenhaube und du sie nach außen. Und den Umhang, die müssen wir mal so verrundetzen, jetzt will ich den Umhang zumachen. Hallo, Dank an vielen mittelalter Kleidung. So, das war die Vermieterin. So, und jetzt kann ich folgendes machen. Jetzt nehme ich die Kettenhaube und du sie einfach zu mieten. Sieht sehr gut aus. König Kunibad sieht sehr gut aus. Mein König Kunibad. So sieht es aus, wenn du die Kettenhaube... Au, sag bloß, jetzt hat es aufgenommen, wenn das rote Lichtle so leuchtet. Dann muss ich Pause machen, ich glaube, da ist schon kein Platz mehr. Ist schon kein Platz mehr, oder? Ja, machen wir schon in Köln. Pause. Ja. So, jetzt, was hast du zu sagen? Der Arm muss einfach so, gebläht ein Schwert. Oh, jetzt kann es... Der rote Bruder Luki. Also, erzähl mal was von deinen Klamotten. Ja. Also, was hast du an? Eine mittelalterliche Münzkutte. Ja, genau. Eine mittelalterliche Münzkutte. Dann habe ich... Ja, einen Helm, das ist Spangenhelm der Bogenschützen. Und ein Packen des Schwert. Ja. Ich bin immer bereit, für das Volk und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Ja, ja, sehr gut. Und ich mag euch Leute. Ich hoffe, ihr magt mich auch. Und ich schicke euch viele Grüße. Und kommt doch mal zu mir vorbei. Ich werde mich immer freuen. Ja, ja. Bruder Luki. Das ist der Bruder Luki. Genau, ja, ja, sehr gut. Also gut, jetzt mache ich Pause.